Es ist halt, ich denke, das ist so ein tricky Feld, aus dem einfachen Grund, weil ich finde dieser Begriff von Produktivität, den wir, wie gesagt, jedes Mal vor uns herschieben, weil er einfach so, ja, schwierig zu definieren und halt jeder versteht was anderes darunter und teilweise wird man nur aufgrund dessen zur Rechenschaft gezogen, was natürlich auch nicht immer gut ist und so weiter und so fort. Also scheinbar kommen da eher Probleme dabei raus als irgendwas Positives, dass mal Menschen sagen, hey, die Produktivität war ja heute toll und das ist das Erste, was sie nennen bei ihrem gelungenen Projekt oder so. Also das gibt es ja auch sehr, sehr selten, dass das ganz oben steht auf der Liste, die man dann irgendwie so weitererzählt. Also das zeigt ja schon irgendwie, dass dieser Begriff vielleicht nicht so der Beste ist, den es in dem Kontext gibt. Und gleichzeitig denke ich mir, es ist, wie du es schon gesagt hast, es gibt natürlich Arbeitsbereiche, in denen das sehr wohl Teil des, ich sage jetzt einmal, Teil der Kultur ist, dass du diese Fortbildungen hast und das war ja lustigerweise auch ein Thema, das wir letzte Woche, glaube ich, kurz angeschnitten haben. Das ganze Corporate Learning Geschichte haben wir kurz erwähnt, wo ich halt nur gemeint eineinhalb Jahre, ich bin davon, ich lese hin und wieder davon in meinen Blogs, aber ich bin da noch zu weit weg davon, einfach auf der Ebene, weil mich eher das Lernen an sich interessiert und nicht die, nicht wie Menschen versuchen das systematisch für die Arbeit zu nutzen, von Unternehmensseite aus. Und da bin ich dann sowieso eher skeptisch, weil wie viele Lernprinzipien oder wie halt das Lernen im Gehirn tatsächlich funktioniert, werden dort umgesetzt. Also es ist quasi dieses ganze, die ganze Digitalisierung und alles, was so mit 4.0 zu tun hat, das geht halt schnell in Buzzwords und Hype über und hat dann sehr, sehr wenig mit Evidenz tatsächlich zu tun, wenn man über sowas spricht und deswegen war ich dann auch ein bisschen zurückhaltend, weil ich das noch nicht so einformulieren kann. Aber das geht ja auch irgendwie so in die Richtung, dass man Formate schafft, wo so ein Training möglich wird. Nur finde ich jetzt quasi sehr gewagt, dass nicht das Problem an den Formaten und an der Struktur ist, um Training zu schaffen, sondern das Problem liegt eher in den Formaten und Strukturen, wie Arbeit verstanden wird und wie Produktivität verstanden wird. Weil wieder, hätten wir nicht diesen Produktivitätsfokus, müssten wir nicht über diese, dieses, unter Anführungsstrichen, Fehlen von Training sprechen. Weil angenommen, wir würden nicht über Produktivität sprechen, was ja immer sehr, etwas sehr Handfestes und was sehr, sehr speziell Produktzielgerichtetes ist, sondern wir würden über, ich nehme jetzt ein anderes Wort, was wir vielleicht auch schon erwähnt, haben nämlich Erfüllung oder Zufriedenheit oder Erfolg eines Projektes. Dann wären wir auf einer ganz anderen Diskussionsebene, weil dann würde es nicht darum gehen, dass, ja, und wie produktiv war das Ganze, sondern dann würden wir vielleicht wirklich nur die Ergebnisse anschauen und von dort zurückarbeiten und überlegen, ja, okay, hat das gut funktioniert? Und das hat ja noch nichts mit Produktivität zu tun, weil, wie gesagt, ich kann ja produktiv sein und ein schlechtes Produkt abliefern. Also das ist ja wieder, das ist ja eigentlich auch so lustig, dass das gar nicht zusammenhängt. Effektivität und effektiv, ne? Ja, ja, aber, genau, aber das macht es ja wieder dann noch irgendwie lustiger für mich, weil dann, wieso gibt es den Begriff dann überhaupt? Also der bringt ja, der konnetiert ja nicht automatisch positiv. Und dann müssen wir ihn ja gar nicht mehr verwenden, weil wir das ja dann in einem ganz anderen Kontext besprechen müssten. Nämlich viele Sachen, die wir halt erwähnen, du musst erstmal reflektieren über eigene Arbeitsprozesse, du musst über deine Arbeit, Arbeit reflektieren, dann quasi intim gut arbeiten können und eher Rahmenbedingungen für etwas finden und in denen zurechtkommen, aber nicht auf einen Begriff mit, wie produktiv passiert irgendetwas. Und das ist, glaube ich, so die Problematik, die halt natürlich unheimlich schwer ist, das irgendwie auszudividieren, wie man das quasi wegbekommt, sei ich jetzt mal sehr ketzerisch.